Ich kann gerne für dich kurz nachgucken, aber du kannst das genauso gut nachgucken, Lord Krakos. Und wie ihr seht, heute mal in meinem anderen Wohnheim hier, ha, ich lebe! Äh, auf Instant Gaming 12 Euro. Wir reden nicht drüber. Ich weiß nicht, was das gerade war. Freunde, ihr bringt mich so weit, dass ich irgendwann alle meine alten Videos lösche, dann gibt's auf meinem Kanal noch zwei Videos. Das Shaded Tutorial und der erste Part von Undertale. Danke sehr Felix, Kuss. Sehr, sehr witzig. Ähm, abgeworfener Panzer. Freunde, wir haben jetzt tatsächlich glaube ich was sehr, sehr verrücktes gemacht, weil das hier zeichnet den Träger als König aus. Mögen sich die uralten Städten von Highlandsnest davor öffnen. Wir werden jetzt einfach als fucking König... ...identifiziert. Die Frage ist halt, welche Tore sind damit genau gemeint? Ich mein, das hier ist ja die Grenze des Königs. Wir haben ja schon verschiedene Dinge gesehen, die als des Königreichs oder des Königs oder so tituliert wurden. Alter, jetzt habe ich mich gerade... Tut mir leid, aber ich muss gerade ganz kurz sagen, ich habe mich sehr, sehr schlau gefühlt, als ich dieses Wort benutzt habe. Ähm... Heißt das wir sind das jetzt? Ach guck mal, hier unten geht's wahrscheinlich gleich auch lang. Ebenso, ich habe es auf jeden Fall schon mitbekommen. Big brain time, ja man. Ich habe es schon mitbekommen, ähm... ...dass es bei dem Game hier auf jeden Fall verschiedene Endings gibt. So, that's what I know. Wir haben das Symbol schon mal gesehen. Ich erinnere mich ultra dran, aber ich weiß nicht mehr, wo wir es gesehen haben. You are fucking creepy as fuck. Ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben. Hä? Das ist doch gar nicht... Oro? Hm. Wie hast du mich hier unten gefunden am Ende der Welt? Ja, ich weiß, warum du hier bist. Du bist gekommen, um vom Legandären Nagelmeister Oro eine Nagelkunst zu lehren. Es ist das Gesetz des Großmeisters, dass ich meine Lehren an diejenigen kenne. Diejenigen weitergeben muss, die würdig sind. Aber kein Gesetz verbietet es mir, eine Bezahlung für meine Zeit zu verlangen. Wenn du wirklich von mir lehren willst, beweise es mit Geo. Do I look like fucking UFO 361? Diejenigen, welche ihre Stärke nicht teilen, werden niemals lernen. Mein Meister sagte das immer. Ersetze Stärke durch Geo und du hast meine eigene Meinung zu der Sache. Verschwinde. Hier werden wir auf jeden Fall zurückkehren müssen. Sehr, 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 sehr wichtig. Stärke, Brüder. Bisschen mehr Geld hätte ich auch gerne verlangt. Danke. Boah, 800 zu kriegen wird halt echt nicht einfach, ne? Das ist nicht nur ein bisschen. Das ist nicht nur ein bisschen. Boah, wie viel haltet ihr aus? Ich will die hier. Boah, ist das eine ekelhafte Taktik. Bringt schon gut was, aber hm. Dann gesetzt auf mich. Kuss. Raus. Geht Kuss. Der war mal einfach komplett daneben geschossen. Und ich hab noch ein Leben. Wuhu. Jetzt sterbe ich an so einem kleinen oder was? Taktik. Es. Werder? Find nicht mehr. Aber er hat sich einfach nicht Waren wir schon oben? Ah, guck mal. Da habe ich nebenbei auf den Chat geachtet, weil ich dachte, ich muss das hier jetzt nur kaputt knüppeln. Ja, soviel dazu. Lord Krakos, ich weiß nicht, was du für alte Männer kennst. Und ich weiß, dass ich es jetzt nicht herausfinden möchte. Die tun mir irgendwie ein bisschen leid, wenn ich die töte. Die sehen so traurig aus. Die anderen? Nee. Mach die weg, Big Mac. Ihr droppt noch nicht mal Geld. So was seid ihr eigentlich zu gebrauchen? Hätte gut ein Secret-Weg sein können, finde ich. Hier geht es auch in die königlichen Wasserwege. Die Bienchen, die sind so cute. Die waren echt süß. Nee. Freu nicht mehr. Nee. 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 Das war's. Königliche Wasserwege. Doch, hier waren wir schonmal. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, wir waren noch nie so da tief drin, dass das da stand. Die machen so lustige Geräusche. Ja, die dicken Boys können sich halt so gut verstecken, die kommen halt aus dem Nichts. Wo kommen die bitte raus? Ja, gute Frage. Ja, wir kriegen auf jeden Fall 800 irgendwie zusammen. Das ist machbar. Schaffen wir. Wo? What have we found here? Ach, da waren wir schonmal, Yannick. Maybe you remember. You were here before. Boah. Bei Skype gibt's auch einen Chat. Ja, klar. Kannst ganz einfach Nachrichten schreiben. Sicherlich. Ah, das ganze Kristallkram brauche ich nicht mehr. Ich kann jetzt in die Säure. Ohne Poblerinos. Das war nur ziemlich verrückt. Das sieht aus wie etwas, was ich innerhalb von Sekunden bereuen werde, dass ich hier bin. Das dachte ich mir. On our way to 200 Desenzen. Jo, Alter. Oh Gott. Hier war nur einer. Kannst bitte nicht so einen krassen Recoil haben, Junge? Ah! Das war mein... I don't know. Weird noise. Guck mal, nebenbei sammeln wir noch unsere Münzchen. Moin. Moin, Keule. Oh, Moin. Das kann ich hallo gesagt, du sagst. Das macht man aber so. Das ist nach Knigge richtig. Wir haben alles. Brava. Ah, jetzt sind wir wieder in der Stadt der Tränen, okay? Ich würde gerne nochmal einmal ganz nach unten, weil ganz unten sah es so aus, als ob es dann noch nach links ging. Und da sind wir definitiv noch nicht lang gegangen. Ich dachte, ich kann ein Feuer springen. Oh, Moin. Oh, Moin. Oh, Moin. Jo, chill. Chill, sag dich. Guys. No. Das wird ja immer besser hier. Von so einer Wurst getroffen zu werden ist immer so richtig Omega Uf So, ihr wart ihr nur noch ein Fleckchen Hätte man sich denken können, aber ich dachte mir, hey, let's look Okay, fast die 800, sehr gut 800 voll Jetzt lernen wir die Kunst des Nagelns kennen, Freunde Hey Black Dragon Rose, halli hallo Klingt so, als ob irgendwas hier noch wäre Wo landen wir gerade? Ich weiß nicht, wo wir sind Damit können wir jetzt auf jeden Fall zur Grenze des Königreichs fahren, weil dann sind wir easy direkt da, wo wir hin müssen Dann können wir wieder nach links fahren, können zum nächsten Wächter Ein zertifizierter Bra-Moment Äh, jetzt sind wir nämlich unten, wir müssen jetzt einmal nach oben und dann ganz nach rechts Alright Äh, certainly ziehen wir heute nicht durch, denke ich Aber, ich hab ziemlich Bock Ich hab ziemlich Bock Ich will auf jeden Fall den Ja, ich will nicht, nicht was sagen, was ich jetzt gleich nicht halten kann Ich möchte auf jeden Fall mich auf den Weg machen zum dritten Wächter Fuck you Ähm, ob wir den Wächter tatsächlich holen, ob das klappt We will see Die Idee ist auf jeden Fall zu dem auch noch hinzukommen Aber ich mein, ey, wir haben grad freaking Hornet gelegt Der Killer-Fight Einfach mal Sorry, aber der war wirklich heftig Ich muss auch zugeben, wenn man dann so einen Boss-Fight schafft, dann ist das halt Real Talk Echt ein sehr geiles Gefühl dann Ah, okay Ich dachte, ich kann da durch euch durchfliegen, weil ich einfach Hyper-Speed hab Aber das ist euch einfach Latte Okay Okay No Problem Haha Ich wollte grad sagen, was hab ich ein geiles Glück, dass er über mich springt Und dann kommt sein Bruder und denkt sich Ha, ich fick dem ins Gesicht So, sei nicht, sei nicht der Bruder Real Talk Don't be the brother Don't be the brother Don't be the brother Nobody wants to be the brother Da sind wir Ja, danke Hi Also was soll's sein, Reisender? Wirst du den verlangten Preis bezahlen oder diesen Ort unerleuchtet lassen? Nagelkunst des Meisters lernen. Sprinthieb. Um Energie in den Nagel zu konzentrieren. Lasse los, während du sprintest, um den Sprinthieb auszuführen. Ich muss sagen, du bist ein ausgezeichneter Schüler. Dein Geschick mit dem Nagel und deine Begierde stärker zu werden. Du erinnerst mich an meine Brüder. Ich hab dir alles beigebracht, was ich kann. Geh zurück in die Weltreisender und belasse mich meiner Einsamkeit.